Es war vor 50 Jahren eine sehr gute Entscheidung, einen Airbus-Konzern, einen europäischen Luftfahrtkonzern zu schaffen, bei dem die Ingenieurkunst Europas in Frankreich, in Spanien, in Großbritannien, in Deutschland zusammengebunden wird, um einen sehr, sehr modernen, innovativen Zukunftskonzern für die Luftfahrt auf die Beine zu stellen. Denn das ist nötig. Europa brauchte eine Antwort auf Boeing und andere Aktivitäten in der Welt. Und diese Idee war sehr erfolgreich. Das Besondere an Airbus ist, dass es ein wirkliches europäisches Kooperationsprojekt ist. Die besten Ingenieure und Unternehmen der Luftfahrt arbeiten europaweit zusammen. Es ist, wenn man so will, ein Beispiel für die europäische Einigung, die dann in der Wirtschaft eine starke Kraft darstellt. Und das Besondere ist, dass es bis heute klappt, mit den verschiedenen Standorten wirklich so zu kooperieren, dass es zu hohen Synergien kommt. Politik in Deutschland und wir in Hamburg schaffen gute Standortbedingungen, ganz praktisch für das Airbus-Werk auf Finkenwerder, aber auch in der Vernetzung mit der Hamburger Wirtschaft, vor allem mit der Hamburger Wissenschaft. Wir haben Forschungseinrichtungen in Hamburg, wir haben technische Universitäten, wir haben vieles, was wir einbringen können und damit einen Forschungsverbund zur Verfügung stellen, von dem auch Airbus profitiert.